Und damit ganz herzlich willkommen zu Rocket League! Du nehm schon auf? Wie funktioniert dieses Scheiß-Spiel eigentlich? Äh... Alter, Moment. Simon, ich übernehme, ich übernehme! Oh! Hast du gut gemacht, Juli! Warte mal, wie spring ich denn mit dem Controller? Ich bin grad ein bisschen verwirrt, ich muss hier ein bisschen ausprobieren. Hä? Wie funktioniert denn dieses Spiel? Du startest mit dem Controller oder? Im Controller, Xbox Controller. Selber schuld. Wie selber schuld. Ah, warte mal, hier unten! Hier unten, was ist unten? Unten ist A. Ich liege auf dem Dach, wie... Hallo? Echt? Ok, A ist springen. Wo ist Boost? Boost ist wichtig, A. Boost ist... Was ist rechts? B. Ich krieg den Balle! Ich hab den Ball zu uns geleitet! Nein, 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 nein. Guck, das einzige was ich hinkrieg, sind Eigentore. Habe ich! Nico, 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 Nico. Sehr gut! Sehr gut! Ich mach ihn! Nein! Oh gut gemacht Simon, gut, 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 guuuuut! Das wäre echt ein... Simon, Simon, Simon! Oh nein, Brulli! Nein! Boah, Not gegen Elend. Aber echt, ey. Wir sind Not. Ah, Nico, klaut mir vor mein... Oh 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 oh! Hey, Erik, wie kannst du zur Seite springen? Äh, zweimal springen? Zweimal springen? Dann springst du nur höher. Mein Hano ist das allregendiert. Was ist das Wusche? Gleichzeitig mit dem Joystick zur Seite. Ah, das kann ich nicht. Warte mal, warte mal, warte mal! juli da macht die Kartoffel das Tor der richtigen Seite guck dir das an das war 1a war das on point ich bleib hinten ganz vorreinbar mit Boost da komm ich nicht mehr ran da muss ich noch mal wenn du vorfährst direkt treffen ja ich sehe es und nicht springen ich gehe vor eric verpiss dich oh oh Simon Simon sehr gut ich nehme ich übernehme ich übernehme warte ich komme gerade ein bisschen auf die ich ein Stürmer hier das sind meine ersten 2 Tore die ich nicht ins Eigentor gemacht habe ja ach so sorry ich dachte ich dachte hey warum sagt der die ganze Zeit Simon Bombe ich darf auch mal ich glaube diese Spiele sind in der Aufnahme viel zu laut ja julia ich muss die Audio runterstellen oh alter oh gott habe ich mich erschrocken der Ball kam plötzlich voll in meine Presse wenn dir einer entgegen kommt wahrscheinlich ja ich bin alles ich bin Stürmer ich bin Verteidiger ich bin Nichtskönner und ich treffe dich bald ein einziges Mal nein das war nicht so ganz korrekt nein nein oi 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 was mache ich denn hier gut Simon gut Simon ich habe mir gerade voll den Fuß eingeschlagen an was denn wie denn indem ich mich in allen Körperteilen gegen das Tor gewährt habe hab ich hab ich komm ich nein nur minimal Simon Vorlage Simon nicht zu mir zurückspielen ich habe den nicht Rieger wild fuck man Nico nervt mich nicht da Simon 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 oh 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 jawoll oh das war ein Millimeter vor mich drüber ah 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 nein 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 das will ich noch mal angucken mit dem Dicken Bus hätte ich ihn gekriegt guck das war ich mit dem Dicken Bus hätte ich ihn gekriegt mit dem Dicken Bus hätte ich ihn gekriegt oh ich hab den noch erwischt der war mit dem Dach abgeprallt gebreit wir wollen die machte so stark ich habe ihn haben wir haben der feld der kann ich auch nicht daher ich habe zwei spielstunden simon 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 das macht mein auto ich möchte das nicht nico vorlage nico vorlage fast ja ich habe mich hier ein bisschen um den ball getanzt hier nico vorlage nico vorlage erin ist so stille konzentriert er sich etwa nee überhaupt nicht was gibt es ja wohl nicht warum ich bin gerade etwas überfordert ganze runde nicht ein einzigen fall ich fahr hier oben an der decke entlang julis relevante aussagen ja ja ich guck dir das links an da ach so sorry ich will mir das geile ding immer noch angucken juli ja wer ist das streamteam wir beide warum bist du eigentlich jetzt so leise hier das kann ja gar nichts werden und damit ganz herzlich willkommen nico ak der wandkriecher eric will schon mal zu ach so warte mal es gibt mutter vorhand eric 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 nach sechs sekunden zack das war eindeutig ein stürmerfaul würde ich würde ich jetzt mal sagen ja 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 zwingen rückpolskleaden dann ziehst du nicht eric eric nix gibt es nico wer bleibt von uns eigentlich oh fuck hinten ich bin hinten geblieben ok gut ja ich fahr hier die ganze zeit rechts und links um den ball herum auf die eier gehen wir auf den Kartoffelsalat ich lieg auf dem kopf moment kurz warte mal das ist jetzt aber unfair das ist hier jetzt ein zwei gegen eins war nach man ich sollte den ball auch treffen man nicht bin ich die deutsche dfb oder war die deutsche dfb der deutsche deutsche fußballwund zu wechseln im österreichischen natürlich nix gibt es eric nix gibt es eric nicht hier abstorben um mann ist und krieg ich dafür kann ja ja warte ja warte warte Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich mach hier überhaupt nichts, weißt? Oh nein! Ich hab 28 Punkten, ich hab so viel wie Nico! Nein! Oh mein, so eine Kacke! Oh mein, du bleib hinten jetzt! Ja, ich bleib hinten! Niko, Niko, deine Chance! Niko! Du sollst nicht am Ball vorbeifliegen, du Held! Oh Gott! Alter, ich bin mehr als verwirrt grad von der Per... Das hast du aber gut ausgenommen, Erik! What? What? Lest du an, da kann die Aufnahme nicht mitlaufen? N-natürlich! What? Ich geh vor, Niko! Ja klar, ich bin ja hinter dir! Okay... Nee! Noo ho mein Gott! Ih hase... Es ist schlecht, was ihr macht! Niiihiiihih cellele Oh Gott! Nee, 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 nee nie, nee, nee,嚟, nee, nee, ne! Es sind ist wirklich 8 Mal am Ball alle vorbeigesprungen! Niko! Niko! Come on! Come on! Oh, halt! Das ist die falsche Richtung! Das ist ganz die falsche Richtung! Okay, das ist mal absolut ein geiles Eigensohn! Das will ich jetzt sehen! Der eine hat dem anderen den Ball weggesaved! Niko, ich geh! Niko, deine Chance! Ich flieg hier immer noch! So ist nicht umbiegen! Oh, Simon! Alter! Ich treff grad auch nix! Ja! Wo ist der Ball? Moment! 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 Ey, dieser Wendekreis von diesem Drecksauto, guck dir das an! Du kannst hier kurz driften! Du kannst hier kurz driften, das weißt du, gell? Wie? Mit X! Mit X? Nein, wenn du Shift gedrückt hättest! Ja, ich spiel... ich spiel Konsole! Äh, nicht Konsole! Entschuldig! Du spielst mal Kon... Juli spielst Konsole! Juli spielst Konsole! Konsole, DAS Game! Juli spielst Konsole, DAS Game! Juli spielst Konsole, DAS Game! Warte! Was mach ich denn? Alter! Simon! Nein! Ah! Was? Nico! Nee! Nee! Hast du nicht gemacht! Aber auch nur, weil die andere Richtung alle gegangen sind! Du bist ein Wandkriecher! Wusste ich gar nicht! Du gehst, du gehst Nico, du gehst! Ja, ja, ja! Äh, 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 äh! Ich bin geblieben! Warte mal, wo ist denn der jetzt? Ich weiß, dass du mit Y die Kamera... Jaja! Ich hab das aber grad ausgemacht! Juli! Ja, easy! Simon! Nee, Erik! Ich bin wirklich drunter gesprungen! Nein! Simon! Uh! Spasti! Nee! Das war nix! Warte mal ganz kurz! Jawoll! Da konntet ihr euch aber genau nicht entscheiden, wer das Tor war! Wie hab ich das gemacht? Bin ich da noch ran gekommen? Ich kann auch! So! Erik ist genau, Erik ist drüber gesprungen! Durch den Ball nach unten zu mir getouched! Ja! Von mir aus, von meinem Auto, von meinem Auto... Motorhaube heißt es! Das ist doch immer noch! Das ist doch immer noch! Ach was! Muss doch! Jetzt nicht nur wegen dem Tor, sondern allgemein! Nein! Oh! Oh! Boah! Keine Chance, ey! Ja, wir sind jetzt hier bei der WM, die Interesse... Oh, was war sie denn? Oh, stimmt 7-1! Oh! Erik, wo? Tschüss, Erik! Ich... 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 Ich nehm das zurück im Team Team! Wir waren im Team Team! Ich hab zwei Eigentore gemacht! Erik, jetzt ficken wir die weg, oder? Auf jeden Fall! Nico, die planieren wir! Du bist vorne, Erik! Ehm... Ehm... Du... Du bist vorne! Nein! Es... Es hätte... Es hätte wie Süd-Crew sein müssen! Ne, das war zu einfach! Öh... Ich hab den Start veröffentlicht! Oh nein! Ja, Juli auch! Ja, Nico macht mir auch nichts! Nico macht trotzdem daraus nix! Das ist grün! Das ist Brenn-Niveau! Erik! Komm schon! Ich übernehme! Oh fuck! Oh oh oh! Oh oh! Alter! Bin ich blind? Seh ich den Ball nicht? Oder was ist los? Ja! Mach die Ballkamera ein! Ja, hab ich! Ja! Diesen Ball immer! Nein! Nicht aufm Kopf liegen! Was war das denn? Ey! Alter! Ich leg mich hier auf den Kopf! Oder was? Oh 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 oh! Oh, schlecht! Schlecht! Das ist noch schlechter, Juli! Warum? Den hat er gut runtergefischt! Oder? Was geht eigentlich? Ich lebe leider einfach stehen! Ja guck! Erik hat ihn jetzt! Easy! Oh! Sorry Simon! Alles gut! Ah fuck man! Ich hab ihn geklärt! Noch nicht ganz! Aber jetzt hab ich ihn geklärt! Oh Gott! Der kommt gut! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Der kommt! Jawoll! Wieso hast du denn gemacht? Oh lol! What the fuck! Der hat aber mal richtig genau gepasst! Der Fiko hinten! Ich fliege! Hallo? Okay, danke! Ah! 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 Der hat aber abgeht! Äh! Jaaa! Moment! Jaaa! Easy! Das war zu einfach! Oh shit! Warte mal! Wo ist denn der Ball jetzt? Ja da! Fliegelballkameraden! Doch! Hab ich! Scheiße! Ah ne! Jetzt hab ich sie nicht an! Ja guck mal! Weg damit! Erik! Erik! Äh! Wie viele voll! Also ich glaub irgendwie das ist das ausgeglichenste Team hier irgendwie! Inkomplett! Oh! Angriff! Angriff! Ja! Das war ein guter Angriff Juli! Du hast gar nichts gemacht Juli! Ich weiß! Oh nein! Zu Erik! Rückpasst zu Erik! Ja! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ah nein! Simon der Torwart! Ey! Ich lieg im Tor! Erik! Mach was! Ich bring ihn zu dir rüber! Warte! Nein! Ich hab keinen Bus! Ja ohne! Was willst du mit nem Bus? Bus! Weiter! Wir sind hier nicht mal Rackfest! Ja! Ja! Nein! So Juli! Ja! Deshalb hab ich das gemacht! Oh shit! Oh fuck! Wo ist der Ball hin? Oh nein! Der ist vor unserem Tor! Der ist vor unserem Tor! Nein! Nein! Da hab ich nicht gerechnet! Ja Juli! Jetzt aber! Du hast den Bus! Ja! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Der war geil Nico! Wow! Wir hätten doch besser was draus machen können, wenn ich da ein bisschen was draus machen hätte können, dann hätten wir den schön reingesetzt! Echt? Ja du hast mir den genau vor den Nazi hingelegt! Oh 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 oh! Ne zu hoch! Ui! Nein! Ui! Nein! Ui! Nein! 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 Was? Was? Ich das verhängst ey! Jetzt! Jetzt! Oh, und der kommt gut! Was? Nein! Sorry, Juli! Alles gut, alles gut! Oh scheiße, Simon hat den gut gemacht, man! Nico, weg da! Nein! Boah, das ist... Das ist so grauenhaft, wisst ihr das? Alter, ich hätte fast ein Eigentor gemacht! Erik! 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 Oh nein! Jawoll! Das ist aber auch echt verhext! Ich habe jetzt viermal den Pfosten getroffen! Alle drei meine Schüsse sind an Pfosten gegangen! Ich bin da gewarscht in der Runde, hey! Die ist geil! Ja, die müssen wir nochmal machen! Ich hab ja auch ein paar Tore hier so... Wer hat denn diese Runde echt verdammt wirklich? Wir? Nee! Nee! Ich weiß nicht, was du meinst! Den kriegen wir noch rein! Den kriegen wir noch rein! Den kriegen wir noch rein! Den kriegen wir noch... So nicht! Alter, Nico! Nein, nicht! Der hätte gerade aus... Lol! Ich würde genau richtig stehen für die Abwehr! Das wäre eh nochmal rein! Das ist geil! Ja, dann müssen wir Revanche! Die Arena ist übrigens fies! Das ist ein Anti-Juli-Trainer! Ne Anti-Juli! Anti-Juli! Warum? Aber Nico, ich glaube, du könntest da auch Probleme kriegen! Warum? Echt? Echt? Was ist denn denn da anders? So, die hat diese Plattformen dann noch! Was hat die? Ja! 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 Jubel! Boah! Ja! Boah! Ich hab Juli voll angeschossen! Alter! Hey, guck dir das an! Juli hat gerade noch guten Save gemacht hier! Alter, guck mal! Guck mal! Wenn er den geholt hätte! Da hätte ich mich nochmal abgekotzt hier! Was ist denn mit der Map? Ich habe noch nicht ganz verstanden, was mit der Map ist! Guck mal an die Seiten der Map! Ja, genau! Oh, die ist angewinkelt! Oh! Oh! Ach ne, die ist erhöht! Genau! Na fuck! Das ist Bullshit! Guck mal, sieh mal, sieh mal, sieh mal, sieh mal! Nein! Wo ist der Ball? Oh fuck! Ich habe den Ball nur berührt! Ja! Der geht rein! Easy! Oh nein! Was, Juli war das oder wie? Ja! Oh! Stimme! Ja! Natürlich war ich das! Komm mal, Lito und Erik die Funke an! Shit, ich fliege! Ich fliege! Ich fliege! Gut, Erik! Oh, schlecht, Simon! Ja, ich weiß, dass es schlecht war! Oh, nochmal schlecht! Oh, nein! Boah, der Stahl! Oh, der Stahl! Oh, das mag ich besser gesagt! Ich habe meine ganzen Leistung nicht geholfen! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, ich hab... 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 Oh, shit! Da komm, Nico, eins kriegst du noch hin! Das ist ja mein ganzes... Okay, so nicht! Huh! In der Richtung! Alter, diese Schräge ist ja mega behindert! Ja! War irgendwie auch mega geil! Oh, Mann! Oh, Mann! Kannst langsam hochfahren! Wenn man überhaupt da rankommt, nicht über die Balltriperschanz! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Sprung! Nein! Erik, es tut mir los! Ja, mein, das wird Zeitlob hier rumgefroren! Sag gut aus! Ich hab grad direkt mal geschossen! Der war grad voll im Schuss! What? Nee, der wäre so nix geworden, aha! Nee! Alter, ich dreh mich hier nur im Kreis, man! Sind wir hier beim Rottel, oder was? Rottel, was? Rottel, was? Rottel, meinst du? Ja, mein ich doch! Karussell oder Rottel? Aber so, du hast raus! Rottel! Rottel! Neue Rottel! Frems-Teil-Bottel, kurz Rottel! Oh, nein! Geht da gar nicht aus hoch! Erik! Superschuss! Sup! Als ob! Als ob! Ne, der wär glaub ich auf so die Suppsen! Ne, der wär hätt genau gepasst! Nico, geh weg da! Ja! Ja! Ja, der wär dem ich nicht in den Reichen gehören! Ah! Oh! Fuck! Der kommt! Ja, Juli! Der kommt! Oh, Mann! Die falsche Richtung kommt der! Nein, ich da hoch! Da wollte ich nicht hin! Ne, warte mal! Oh! Das gibt's nicht! Boah, die Runde macht echt Laune, übrigens! Das gibt's nicht! Guck dir das mal an, Mann! Der Torwart hechtet vorbei, oder was? Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Simon! Oh, Simon! Ja! Simon hält alle Welle! Trauer schreibt, was ich in unserer Brocke, die Team, wo man auf Goldbart auch gemacht hab! Und Torwart! Ja! Wie komisch ist! Ich hoffe das! Sorry, Nico! Sorry, Nico! Erik! Vorlage! Vorlage, Erik! Ne! Achso! Ich dachte, du kommst da hinter mir, aber... Oh, ne! Ich flieg erst mal drüber! Oh Gott! Hallo! 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 Oh nein, Mann! Jetzt trickst du mich aus mit dieser Drecks! Ich bin jetzt genau so erschriegen da! No! What the fuck! Da grad passiert! Lol, was macht ihr denn jetzt mit mir? Hallo! Oh! 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 Ich trage mich! Okay! Nein! Oh, Gott! Das ist alcool! Alter! Keine Chance! Sto da die Götter müssen wir was machen hier jetzt kommen jetzt bist du mal dran ich bleibe hinten Erik Erik Alter alter heute war echt glücklich muss man sagen der ist genau auf der Ecke aufgetitscht das war wie Erik ja so oh man ihr habt ihr euch übrigens vor dem Tor noch voll geküsst Erik ich glaube wir dürfen auch nicht beide hier aufs Feld gehen das heißt beide aufs Feld ja so wie dir halt ein Torwart oh easy ich kann das absolut nicht entfalten ja was ich halt fies finde gerade wenn du das recht selten gespielt hast kannst du auch nicht fliegen oh da gibt es noch schönere Maps ne hey man kann auch ich glaube man konnte früher nur kommt beim einstellen dass es mal einen anderen Ball dran ist dann können wir auch mal als kleinen Gag machen ja herzlichen Glückwunsch an Kuh Süd endlich mal mein erster Sieg ja 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 ja